Einen wunderschönen guten Tag, an diesem wunderbaren Tag. Es geht weiter. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ich weiß, letzte Folge war das mit Howard. Howard und den Tauben. Genau. Da habe ich hier natürlich noch ein paar Sachen. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal hier um die Jägerdinger, würde ich mal sagen. Ähm, ach, das sogar direkt hier. Na dann, let's go! Bam! Ähm. Vielleicht soll ich nicht direkt immer reingehen, weil, äh, sonst, äh... Oh Gott. Bin ich erstmal überfordert und, äh, äh... Red nicht so viel. Bam! Ähm, ich fang gleich nochmal an. Hehe. So. Geh weg. So. Ah, da sind immer noch welche. Okay. Zack. Ey. Nochmal ein Finisher. Oh. Jetzt war ich kurz in der Kiste drin. Alles klar. Ops, erlaubt. Ähm. So, und du. Ach, noch einer. Okay, jetzt war's aber. Sehr gut. Hehe. Gut. Yes. Okay, Drohne. Was hast du für mich? Ah, ja. Es geht wieder um so eine, so eine Hauptbasis tatsächlich. Da. Okay. Okay, es ist tatsächlich wieder so eine, so eine große, äh, Jägerbasis. Also weiter mit den Ansätzen. So, also, jetzt nochmal. Ähm, genau. Also, also putzen. Was ist ein Chaos? So. Genau, was steht auf dem Plan heute? Ähm, genau. Das möchte ich machen. Die Jägerbasis, genau. Ähm. Ich glaube tatsächlich, ah. Ne, ich würde erstmal ein paar Sachen einsammeln tatsächlich. Also ein bisschen, ähm, Nebenmission quasi machen. Bevor ich dann mit der Hauptmission beginne. Ähm. Achso. Moment. Jetzt habe ich natürlich vergessen, das zu markieren. Ich muss da oben hin. So. Oh, das war ein, das war ein, das war ein Laser-Takedown. Das ist natürlich cool. Warte mal, von wo kommen denn diese Laser? Ach, von da. Kann ich irgendwie, oh. Oh Gott. Oh Gott. Well. So. Ja. Irgendwo muss hier eine Schalltafel sein. Ne, das ist, äh, richtig. Die Frage ist nur, wo. Ähm. So, hier geht's dann rein. Okay, gut. So, da ist eine Schalltafel. Hm. Wo ist die Schalltafel? Ist die hier zufällig? Oh, ich glaube, die ist hier, oder? Oh ja, da ist die. Ähm. Wie, wie, wie komme ich da, wie komme ich jetzt da hin? Muss ich dann ganz vorsichtig hier? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, hier vorsichtig so langlaufen. So. Okay. Nice. Das war's mit den Feiern. Sehr gut. Ich bin eine Spinne mit Köpfchen. Haha. Das bin ich. Geht's hier rein? Ach so. Genau, jetzt ist er, äh, das hier. Frei. Tut mir leid, wenn ich störe. Judy. So. So. Und da. Oh yeah. Ich bitte darum. Okay, aber ist ja nicht schlimm, weil da ist nämlich direkt das Nächste. Genau da. Uppsala. Na gut, das ging jetzt leider nicht so, ähm, flüssig. Ich nutze einfach mal die ganzen Fähigkeiten. So. Haha. Bam. So. Nee, nee. Du, du, äh, gehst mir hier nicht auf den Wecker. Zack. Uppsala. So, die Schildträger, die, ähm, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich die finische. Au. Oh, Bonusgerät, das ist gut. Uppsala. Okay. So. Da ist noch einer. Oh oh. Oh oh. Ähm. Ach da. Gut. Wollte ich gerade was sagen, jetzt habe ich es vergessen. So. So. So, da. Wollte gerade fragen, wo das ist. Perfekt. Na dann, äh, b-b-b-b. Ach, das ist sogar schon hier. Die Jäger werden bald herausfinden, dass hier nichts für sie wächst. Ach so. Oh. Oh Gott, diese Störung ist gerade ein bisschen verwirrend. Okay. So. Wir können die Sprinkleranlage mit einem Herbizid füllen und all ihre Pflanzen vernichten. Gut, dass ich das Gegenteil eines grünen Daumens habe. Töten wir ein... Schalt unbedingt auch ihr Relais aus. Nicht, dass sie Verstärkung rufen. Okay. So. Ähm. Alles, was man so hört, riecht nach Ärger. Das geht uns nichts an. Okay. Da sind jetzt zwei. Das ist natürlich blöd. Gibt es auch kein Imperium mehr. Widme dich deinen Aufgaben hier. Was auch immer in Volgorath passiert, wo Craven kümmert sich... Noch wer von euch? Für eine einzige Spinne? Das ist natürlich jetzt schade. Ich dachte, ähm... Ich dachte, es hätte, ähm... gereicht. Von der Entfernung. Na gut. Anscheinend nicht. Dann müssen wir uns wohl durchprügeln. Nicht schlimm. Au. So, geh mal weg hier. Ich maue... Ich brauche meine Fertigkeiten. So. Bam. Ich bin Venom. So, die Hunde müssen zuerst weg. Denn, ähm... Die beeinträchtigen ja meine Fähigkeiten. Und die, äh... Bräuchte ich tatsächlich ein, ne? Ja. Ein Hund ist immer noch da. Oh, erstmal müssen die hier weg. Die sind super nervig. So. So. Weg mit dir, Hund. Oh, das ist auch noch so ein großer. Alter, wie viele sind denn hier drin? What? Alles klar. Übertreibt ihr eigentlich ein bisschen? Aua. Alles klar. Ähm... Der hell. Okay. Das waren ein paar Leute. Das ist okay, dass ich das nicht geschafft habe. Ähm... Ich habe mich aber auch hier am Anfang sehr schusselig angestellt, muss ich sagen. Vielleicht schaffe ich es jetzt nochmal, mich hier so leise durchzuwurschteln. Über welches Ventil kann man Herbizid zu den Sprinklern leiten? Dann schlaff mal schön, Jäger. Ich bin das Verstecken. Über welches Ventil? Wir leisten wichtige Arbeit. Pflanzen pflegen? Wir sind Jäger. Du nutzt dein Potenzial nicht. Wende deine Fähigkeiten doch anderswo an. Ich bin aus Tötentrennig. Willst du sagen, ich soll diese Pflanzen töten? Töte diese Pflanzen und du hast größere Probleme. Ist jemand da? Habt ihr alle echt nichts Besseres zu tun? Ah... Nee, das läuft nicht so. Na gut. Wip. Na gut. Ist nicht so mein Tag für Sneaky. Sehr gut. Ich versuche meine Fähigkeiten einfach, ähm, zu sparen, dass die großen Leute da sind. Genau, die hier. Wo ist denn jetzt, äh, der Hundi? Da. Der muss natürlich dann weg, bevor ich... Wieso kann ich meine Fähigkeiten nicht nutzen? Ich hatte doch gerade noch eine Fähigkeit da. Alter. So, weg mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Alter. Ich möchte doch den da hinten anvisieren. Wieso macht er es nicht? So, jetzt. Ich kann nichts sehen. Nein, ich will da nicht hin. So, komm. Jetzt, der Woll. Hohohohohohoho. Das waren, äh, viele. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Au. Und weg mit dir. So, dann einmal das hier. So, weg mit dir. Und weg mit dir. So. Okay, der nächste weg. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So, einmal das hier bitte. So. Das war gut. Wow. Au. So. Bonusgerät, das ist gut. Au. Oh Gott. So. So. Das einmal. Au. Und einmal das hier. So, weg mit euch. Dankeschön. Ah, wie viele das hier sind. Das ist wirklich. Oh. Oh. So. Echt viele. Aber die Axt-Typis halten aber auch echt viel aus, ne? Der muss ja. Wieso sind die jetzt eigentlich markiert? Ich hab nichts gemacht. Ich hab' doch geschildet. Au. So. So. Nein. Der hält wirklich zu viel aus. Nee, nee, nee. Das, äh... Muss ich halt so machen. Nee. Oh, ein Glück hab' ich mich gerade geheilt, ey. Yo, ist klar. So. Es kann nicht sein, dass die so viel aushalten. Was zum... Ah, dann greift er an dran. Das ist wirklich insane. Das ist, äh... Ja. Wie, wie halten die denn bitte schon aus? Was? Was? Okay, der ist down. Endlich, ey. Auf. So. Finally. Das war ein Tens. Das, äh, war, äh, sehr intens. Jetzt sind hier natürlich gar keine mehr. Finde ich gut. Ähm. Ach. Du hast die Jäger wie... Unkraut beseitigt. Vielleicht steckt doch ein Gärtner in dir. Leider nicht. Leider nicht. Ach, nö. So. So. Okay. So, der da oben muss noch weg. Ähm. So. Das war ein bisschen zu spät. So. Sehr gut. Kannst du noch mehr über die Kravinovs herausfinden? Wer weiß, wann sie herkommen? Die Kravinovs. Die ganze Basis kontrollieren. Noch eine verschlüsselte Datei. Okay. Wladimir, was ist denn jetzt? Ich hätte nicht kommen können. Du wirst nicht gebraucht. Offenbar werde ich nie gebraucht. Hast du Angst, dass ich dich übertreffe? Wladimir Kravino. Ist das der Bruder? Ja. So, das will ich. Aber für Sie, haben wir es jetzt für den Vater, seinen Kindern ihr Geburtsrecht zu nehmen. Das Geburtsrecht beinhaltet nur eines. Das Versprechen des unvermeidlichen Todes. Du willst, dass wir uns um Reste schlagen. Aber ich werde zurückholen, was uns gehört. Was mir gehört. Wlad scheint ganz nach seinen Eltern zu kommen. Hoffentlich nimmt er einen Umweg hierher. Im Ernst. Lass uns sicherstellen, dass er es sich in keiner der Basen gemütlich machen kann. Okay. So, ich sehe schon, da ist ein Überfall. Da gehe ich selbstverständlich hin. So, hier ist doch direkt so eine Spinne, ne? Dann kann ich die ja hier noch direkt mitnehmen. Also so ein Spider-Bot meine ich. Oh, der sieht ja lustig aus. Ein Spider-Schwein. Es ist das Spider-Schwein. Cool. Hallo. Überraschung. Hopp. Ba-ba-ba-bam. Bam. Okay. Ja, das war ja easy. Oh. So, immer schön die Kisten mitnehmen, wenn ich schon mal in der Nähe bin. Weil das sind ja alles sehr wertvolle Technikteile, die ich später brauche. Ähm. So, da drüben. Ähm. Da. Oh Gott. Das war glücklich. Aber es war doch noch irgendwo von... Also hier so ein Sandstück von Marco. Es war irgendwo hier. Da. Das nehme ich jetzt auch nochmal mit. Wuppsala. Na gut, dann halt so. Tö, 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 tö. So. Das ist, glaube ich, weit da oben. Genau, da oben. Mhm. So. Hello. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. Vogelsand. Was ist denn Vogelsand? Das Venom-Ding ist schon echt geil. Muss man sagen. Ach, da ist neun. Sehr schön. Perfekt. Hauptsache. Alle erledigt. Der Sandkristall gehört mir. Eine Art Verlies auf. Überall leere Zellen. Der sieht aus wie Marco. Du bist nicht hier. Das ist, das... Ist der das? Marco muss sich hilflos... Ist der Kopf von Marco? Er war gefangen. Ich wusste nicht. Ja. Crazy. So. Einmal hier hoch. Hier ist die nächste Kiste. Ist eigentlich Free Loot. Deswegen kann man das ja mal mitnehmen. So. Die nächste Kiste. Wie viele Kisten hier wohl drin sind im Spiel? So. Ähm. So. Eigentlich, äh. Müsste die... Ach, da unten. Ich seh's. Hopp. Da. So. Ich wollt mal gucken. Ich müsste wieder neue Anzüge freigeschaltet haben eigentlich. Genau. Ich habe den Venom-Anzug. Ja. Natürlich. Auch wenn ich den anderen auch ziemlich... Seit wann hab ich den denn? Auch wenn ich den auch wirklich nice finde. Ähm. Aber ich glaube aktuell passt tatsächlich Venom mehr. So. Und hier. A new universe. Das ist auch cool. Na komm. Du hast Filmstil-Animationen und Comic-Sound-Effekte freigeschaltet und jetzt... Die jetzt für jeden freigeschaltenen Anzug aktiviert werden können. Du findest diese Einstellung im Menü Optionen unter Einstellung Grafik. Aha. Einstellung. Grafik. Ach hier. Filmstil-Animationen. Ich probier's einfach mal. Ach so. Ah, das ist ja super nervig. Okay, nee. Nee, dann, äh... Ist nett. Ganz nette Animation. Oder nettes Gimmick. Aber, äh... Finde ich tatsächlich etwas nervig. Hm? So. Okay. Ähm. Äh, auf dem... Nee, nicht auf dem Gebäude. Hier. Da ist die nächste Kiste. So. Cool. Ich schweife schon wieder ab. Das ist, das ist, ich glaube, das größte Problem bei dem Spiel, dass ich die ganze Zeit abschweife. Ich wollte bei der Anzugtechnologie einmal schauen und bei den Geräten. So. So, einmal habe ich hier. Aktiviere die Netzflügel bei einem Sturzflug. Ja, das ist nice. Das nehme ich. Und bei Gesundheit habe ich auch noch einmal was. Äh, die Gesundheit erhöhen. Das ist auch sehr gut. Hierzu fehlen mir dann natürlich jetzt die Heldenmarker. Das ist okay. Was abprallen jetzt? Aha, das, äh... Das brauche ich noch. Ich brauche Heldenmarker. Ich brauche einfach Heldenmarker. So, ähm, ich habe drei Fertigkeitspunkte. Ja, hier ist natürlich noch ein Fragezeichen. Ähm, so, hier bei beiden. Jetzt wollte ich noch mal kurz gucken. Erfolgreiches Parieren. Finisher wird ein Geräteschuss aufgefüllt. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eine höhere Kombozähle erhöht die Fokus. Zuwachsrate ist eigentlich auch ganz cool. Okay, muss ich mir merken. Was da hier? Mit lower Takedowns von einer Netzländer aus kannst du jetzt zwei Gegner gleichzeitig erwischen. Das ist auch eigentlich ganz cool. Ähm. Okay. Dann werfe ich ihn noch mal nach oben. Okay, ich verstehe. Entwaffnen klingt eigentlich ganz nett, ne? Das ist auch cool. So, den Spider... Äh, Spider. Den Spider-Sprung. Den Spider-Sprung nämlich auch. Okay, das war dann Dreieck und... X, ne? Okay. Okay. Ähm. So, ich bin ja... Ich bin ja nicht Miles. Das heißt... Was ist das da nochmal? Das war die Flamme, ne? Ah, da kriege ich Heldenmarker. Ich kann dahin aber leider nicht schnell reisen. Äh, okay. Ne, dann mache ich tatsächlich erstmal hier die Quest. Ah ja. Das ist cool. Juppie! Da ist noch ein Spider-Bot. Ach, der ist so weit oben. Ich frage mich ja, wie ich, äh... An die rankomme. Wenn die so weit... Das ist eine, äh... Goldene Truhe. Äh, wenn die so weit oben sind. So. Goldene Truhe zu mir. Yes, noch seltene Teile.